Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 16. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1062. Heute mit den folgenden Themen. Facebook Dating, Debian, Matter, Windrückning, Petal Maps, GT3621. Und heute drücken wir ganz fest den Daumen für den lieben Danu. Er weiss wieso. Wir starten mit Facebook, Danu. Die haben eine neue Funktion. Was ist das? Man kann jetzt Audio-Chat machen. Und man kann den Ort ein bisschen ausdehnen. Bis jetzt ging es eher so lokal, wo man gerade ist, plus Anzahl Kilometer, wo man den Dating-Ring aufschrauben konnte. Jetzt kann man das bis um drei weitere Bereiche tun. In der Beruflichbranche oder vor allem auch in zwei, drei Städten, wenn man zum Beispiel beruflich irgendwo sonst noch unterwegs ist. Finde ich nicht schlecht. Wenn ich dann daten würde, würde ich das wahrscheinlich noch besser finden. Aber das muss ich ja aktuell zumindest nicht. Debian ist in der Version 11 final rausgekommen. Ja, was gibt es neues? Das Dateisystem, das Dateisystem wird ab sofort nativ unterstützt für alle. Und noch ein paar weitere Geschichten, wie zum Beispiel, dass man jetzt Drucker und Scanner, zumindest die moderneren, direkt ansprechen kann, ohne vorab irgendwelche Treiber anzellieren. So wie man es von macOS und mittlerweile auch seit einigen Jahren bei Windows zumindest zum Teil kennt. Wer das Ganze mal austesten möchte, es gibt eine Live-CD, die man sich herunterladen kann. Also nicht die CD, aber die Datei dazu. Und das kann man natürlich auch auf USB-Sticks legen und so weiter. Ich werde es mir auf jeden Fall ausprobieren. Es war mein zweites Linux damals. Matter, mögt ihr euch noch erinnern, der neue oder hoffentlich neue Smart Home Standard, der eigentlich per Ende dieses Jahres, teilweise hieß es auch im Herbst, starten wollte, hat sich ein bisschen verzettelt. Man hat neu ausgerufen, im ersten halben Jahr vom Jahr 2022 zu starten und somit dann auch die Geräte-Zertifizierung erst dann zu bringen. Sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig. Aber ja, hoffen wir, sie kriegen das gefixt, wo da noch ein Problemchen rumlag. In der letzten Woche ging ein Testbericht von mir, vom neuen IKEA Wunderkning online. Das ist so ein kleiner Sensor, der Feinstaub misst. Ultragünstig, um 10 bis 15 Währungseinheiten herum und mit der Option auf Smart Home oder besser gesagt Smart zu machen, wenn man ein bisschen löten und basteln kann. Mit einem Mikrocontroller oder sonst einfach eben umzuschauen, wie ist die Luftqualität aktuell. Ich blicke kurz nach rechts. Was steht da? Grün. Das passt. Weiter geht es mit einem Video-Hinweis zu der Huawei Paddle Maps. Und zwar Stand Sommer 2021. Nach zwei Monaten habe ich ein zweites Video dazu gemacht, weil einige neue Funktionen mit dazugekommen sind. Wie zum Beispiel die Velotouren für die Deutschen und Österreich. Fahrradtouren heisst das natürlich. Die Möglichkeit, die Dinge über die Cloud zu synchronisieren. Und ja, Satellitenansicht. Endlich ist sie da. Ein sehr, sehr gutes Update, was da in den letzten Monaten eingeprasselt sind. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleiner interner Hinweis. Geek Talk 3621, die neueste Episode in unserem Mutterformat ist online. Wer es noch nicht angehört hat, Link in den Shownotes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Direkt zum Drauftippen und dann logischerweise auch Abonnieren, wenn es euch dann gefallen hat. Vor allem die Eltern sprechen wir in diesem Mal vielleicht an. Lasst es mit uns wissen. Wir sind gespannt auf euer Feedback in die Richtung. Und das war es dann auch heute schon mit dem Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Macht's gut, seid erfolgreich. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Euer Pockipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.